Hallo liebe ICF Family, ich bin im ICF Freising, unserer neuesten Location. Sie ist nicht nur wunderschön geworden, sondern ein Ort, wo man sich wirklich wohlfühlt. Neben mir Thorsten Krebs, unser Location Pastor. Schön, dass du da bist, Tobi. Schau dich doch einfach um. Das mache ich und ich nehme euch mit. Kommt einfach mal mit. Thorsten, welches Infos haben will, was hier in der Kirche läuft, wo kriege ich diese Updates? Schau einfach auf unserer Homepage vorbei, icf-freising.de oder komm an einem Sonntag vorbei. Es lohnt sich wirklich, wir freuen uns alles, was hier passiert. Viel Spaß beim Erleben von ICF. Vielen Dank.